viele leute haben mich mal gefragt ob ich diese film noch mal auf deutsch machen könnte da wie man so überlebt erstmal französisch gemacht und auf englisch natürlich meine muttersprache und ja noch mal schnell auf deutsch also was man braucht natürlich erst mal die sache da ist eine iso matratze also es geht sich nicht so um überleben so im jungle und wo man da nur mit der messe da überlebt und so weiter ein bisschen mehr komfortabel so wie man wie man hier in europa hier so wenn man mal weg will oder so man hat das ganze wie man hier überleben kann ohne geld eigentlich also trampen das kostet nichts draußen schlafen kostet auch nichts hier bin ich hier habe ich eine schöne wiese gefunden in frankreich weiß nicht wem das gehört aber es ist mir auch egal also ich bleibe hier nichts am tag muss man hier nicht stehen bleiben man kommt einfach in der nacht ins dunkel ist und man manchmal muss man erst früh aufstehen manchmal ein bisschen später am besten hat man ein grünes zelt so leicht wie möglich gezählt kommt am liebsten ich habe da am besten nehmen an militär rücksäcke weil die sind am stärksten und wir haben so schöne grüne farbe unserer natur sollte nicht sein dass es militär nur das privilegien hat diese farben unserer natur zu tragen es ist für mich ist es ökologisch das hat nichts mit militär zu tun eigentlich und da hat es das in englisch rücksackte bergen kann man gebraucht kaufen das wirklich unkaputt war und dass der zelt passt genau hier außen drin und innen drin habe ich dann schlafsack und so weiter dass damit es nicht nass werden kann ist es darf ja nicht alles zusammen sein und wenn es regnet dann kann ich alles einpacken da drin da und dann durch über darüber noch muss man einen ein schon also ein stück plastik haben was über den ganzen rücksack geht und dann habe ich also diese rücksack da habe ich vorne und habe ich diese hier die sorry dieser habe ich hinten drauf natürlich die groß und dann diese hier vorne und die dumme die tue ich erst damit gut hängen bleibt also erst vorne anhängen und dann hinten drüber hängen und damit ich schnell alles nehmen kann was ich so brauchen da ist hier ist der wasserflasche kann ich einfach nehmen da braucht man nicht die ganze alles abzunehmen da habe ich meine sonne brille daran festgemacht sowieso mehrmals verloren da drehen habe ich sternlampe hier habe ich noch eine größere lampe zum richtig gucken wo muss ich hinlaufen so in der nacht richtig starke lampe dass da hier verbraucht natürlich sehr viel batterien also das ist nur ganz schnell gucken wo muss wo geht man hin naja da so ein löffel und dosen öffner hier noch habe ich da einen wecker da drin und ja so kleine sache es ist auch am besten so die die kleine sache sowie nagelschere oder nähgerät näh sache muss man dabei haben sogar die sandalen die können kaputt gehen das ist immer mal da war ich in den bergen da war wirklich zwei tage laufen war nix und ich saß da ohne schuhe und dann ja zum glück habe ich nähgerät dabei gehabt aber ich kriegte den nadel nicht dadurch durch den ledern und dann habe ich das durchgezogen mit meinen nagelschere aber die nahe die nagel da festgeklemmt wie jetzt sagen also jetzt habe ich so eine ganz kleine zange einfach zu nähen ja solche sachen hier habe ich da selber da drauf genäht ja im rücksack da diese technischen hier mit so kleinen sachen drin kleines radio und so weiter die habe ich auch selber drauf genäht hier dran gemacht so geht das essen drin das will ich natürlich auch nicht zusammen habe mit meiner zelt oder bei meiner schlafsack und ja wasserflasche ist gut ein metallwasserflasche zu haben die metall innen drin ist weil das plastik ja das ist ja nicht so gut da sind produkte drin hat man herausgefunden die einem verweichlich macht es ist ein weiblicher hormon man wird unfruchtbar und das macht schwul hat man schules wasser sozusagen und das mit so schlauch da durch wird man so die armeleugen habe dass wir das ist wirklich scheußlich hat man so lauwarmes wasserflasche und plastik geschmack danke ja und da hier vorne drin habe ich dann habe ich so karten meine filmkamera hier da drin die kann ich auch immer greifen wenn ich will und das ist das praktische und das gewicht ist auch verteilt man hat ein bisschen mehr sachen vorne und nicht alles hinten dran da frosche nix schönere ist es um wild zu schlafen in der natur auf dem zeltplatz ist es nichts ist keine energie wie führt man die energie dass das belebt einen wieder dass es gibt kraft und diese gesellschaft ist sowieso verdorben wird man ja trampen oder so im allgemeinen da gibt es die ganze zeit oder man fährt auto oder irgendwo am bahnhof heißt es papier ausweistbieter diese nazis in polizei uniform wir sind die retter der adelige wir sind auch die nachbarn von denen da musst du deinen ausweis zeigen mit einem foto darauf und das heißt es eine nummer darauf dass deine persönliche sklavennummer und das ist an einem ein 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 check out nein ein sklavenuntersuchung wollen wissen wer du bist und wenn 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 denen dein kopf nicht gefällt oder so da gibt es ein sklaven und ja das muss sie dann zeigen und nicht mal den pass gehört der das gehört den staaten steht auch drauf dieses ausweist dieser passt gehört nicht der aber das gehört dann den staaten der faro und die pharaonen sind niemals verschwunden das habe ich auch in meinem film die pharaonen show gezeigt da sind die adelige geworden und alles gehörte den adeligen im mittelalter und nicht mal hundert jahre her geht alles denn kaiser wilhelm der zweite da den ersten weltkrieg hatte angefackelt und das waren alles die adelige die haben ja immer die kriege gemacht zusammen mit der österreichische kaiser darum haben sie auch kaiserin sissi ermordet weil sie wäre gegen den krieg gewesen grad vorher in der schweiz natürlich so wie immer in octagon sind ja immer die adelige alles gehörte denen das land das wie die macht unserer häuser unsere kinder unsere kinder gehört immer noch den adelige oder der den staat die können sie wegnehmen wenn sie wollen vor allem bei den vätern dass keine rechte und weil das ist ein produkt sie wollen ein gehorsames produkt daraus machen war schön brav arbeiten und wenn der vater vielleicht ein bisschen andere gedanken hat so wie draußen pennen oder so das ist nicht so gut und wenn er über fahrer unredet sogar unsere frauen gehörte den adel es gab das erst recht oder die prima in octis erste heiratsnacht musste die frau seine neu verheiratete frau bei dem burg her schlafen da kam sie schön geölt kam sie zurück am morgen irgendwie ist auch so eine art von unbeflecktes empfängnis hat sie noch schön baden können schon angezogen als ob nichts passiert wäre und darum was man auch rausgefunden hat heutzutage dass so viele europäer haben das pharaonen gehen mit der genetische analyse den adn ja wie ist es ja möglich naja das haben ja die adelige gemacht das sind die pharaonen steht doch in der bibel dass der pharaonen und sein herr sind ins meer verschwunden natürlich hat das meer sich nie geöffnet das heißt sie sind ins meer der völker verschwunden sie sind unter uns also alles gehört zu den adeligen also meinst du etwa die sind einfach so verschwunden haben einfach so liegen lassen und das war in der zeit gab es nicht mal jungen oder weiß nicht worüber alle so reden die jungen die jungen jungen die pharaonen hassen ja die jungen die war ja 400 jahre sklaven bei denen und die juden haben auch die fahren die waren nicht mehr so gehorsam wir haben sie versucht reinzulegen und darum hasst der pharaone diese die bei diesen jungen und aber macht haben sie nichts müssen egal juden juden ja oder juden nein sind arsche wie alle anderen aber macht haben sie nicht ich möchte nicht dass du den falschen feind irgendwie erwischt natürlich haben sie auch adelige könig david könig salomon genauso wie hier die regieren auch über israel und ja die adelige und weil es so viele revolutionen gab besonders hier in frankreich und in russland haben sie so ein bisschen anbekommen haben gedacht das wollen wir nicht mehr nicht nur am paar zaren ermorden und so lassen und ja dann haben sie geheimliche gegründet von der freimauern und die werden aus der schweiz werden die alle befehligt von den schweizer templern die die schweiz gegründet haben in dem weltweiten netz der freimaurerei so geht das pharaon wurden adeliger wurden freimaurer und warum musst du da dein dein sklaven nummer zeigen wenn wir seine polizei eine polizei nazikontrolle gibt und die nazis waren auch die nazikente aber naja gut jetzt komme ich auf ganz etwas anderes könnte noch stunden gehen wenn ich so weiter rede es hört dann nicht mehr auf ich möchte es nur hier über dem überleben machen naja da kam ich dann darauf wegen dem pass zeigen und dann komme ich auch auf andere wege gleich so mal ist da drin zu quetschen da ja dafür so ist das ganze sein diesen seiten tasche da die sind riesig groß bei dieser armee sagen das ist echt gut daran zu quetschen das ist sogar noch wasserdicht ja nicht auf dem naht wo es genäht ist aber sonst und da kann der rest nicht nass werden das ist das ist außen das kann man noch abnehmen da wirklich super ja heute ist dann auch noch ein feiertag 8 mai hier in frankreich in deutschland auch Ende vom zweiten weltkrieg naja nicht für's ende die sind ja nach amerika und argentina gegangen das gleiche machen sie in amerika was in deutschland gemacht haben niemand arbeiten heute außer ob die frosche die scheinen hier zu arbeiten jetzt und ist auch interessant es gibt da das das ding mit den froschen wenn man ein frosch kochen und fressen tut man ihm sofort in heißem wasser da wo es brenzlig ist oder dann sprengt er raus und haut ab aber tut man ihm ein lauwarmes wasser und kocht es ganz langsam dann bleibt er drin sitzen bis er tot ist und das ist wirklich so da habe ich das ganze drin da habe ich hier die herringen gehen hier drin auch außen natürlich auch wieder in einem aparten sack da findet man alles besser und ein gummiband rund um da habe ich die bogen vom zelt auch außen drin es wird nass das habe ich alles selber da genäht das war für eine flasche eigentlich alles schön grün dass damit man es nicht sieht diese isomat ist aufblasbar jetzt so im mai braucht man es nicht so aufblasbar geht auch eigentlich für die isolation geht auch ein einfaches so schaumding aber wenn es kalt wird im winter brauchen unbedingt braucht man das für die isolation ich habe schon jahre auf die andere dinge habe ich da geschlafen dass es das noch nicht gab und das ist ja das kann ziemlich hart werden dann habe ich hier da das aufgeblasen wir hier das dann mein zelt da und da so viel essen und so weiter das bleibt liegen und das hier geht mit papier drin gelassen das ist in einer woche weg und man lässt keine spur weil wir sind nicht asozial viele leute sagen der tramp darum das asozial nein man kann es einfach nicht vereinbaren die die ganze gesellschaft man glaubt nicht mehr da drin wenn man langjährig rumträmmt wenn eine krieg nach dem anderen werden angelogen die natur geht kaputt keine bienen alles wegen die tasche telefon die 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 elektromagnetische strömung die tierchen die orientieren sich nach dem erd magnetische feld und finden ihr bienenkorb nicht mehr dann sterben sie irgendwo erschöpft wegen die tasche telefon und das ist alles absicht da kann monsanto da die natur patentieren und uns sagt verkaufen das was wir jedes mal was man wieder kaufen muss sehr gefährlich und das machen die fahrer und die wahrscheinlich nicht mehr von unserem planet kommen also wir sind nicht asozial können es einfach nur nicht mehr vereinbaren mit unseres mit unserem gewissen das sehe ich auf jeden fall nicht dieser sack ist auch sehr ergonomisch wie man das sieht so gepolstert und ich kann wirklich fünf kilo mehr da drin merke ich nicht im vergleich zu einem normalen rücksack leider hat die armee hat schon die beste sachen genauso wie sie die besten der menschheit immer am vordersten front verheizt haben als kolonnenfutter weil sie ja nach den georgia guide stones eine sklavenrasse von uns machen wollen nur 500 millionen aufbewahren die die extrem dumme und alles gläubige also das sind gebrauchte rücksack man muss nur aufpassen dass sie nicht irgendwie mit uran geschossen haben und dann klebt es noch daran aber kauf nicht ein so ein neu gemachtes ding aus china aber so dass das fallt auseinander besser gebraucht und das richtige zeug alle militärrücksacken sind hiervon abgeleitet der englische bergen total gut früher als ich dauer gereist bin ganze jahr 365 tagen ein jahr ein rücksack vom sportgeschäft ist etwa ein jahr gegangen oder höchstes zwei jahr da war es weg das hier die habe ich schon 15 jahr unterschied und so ab irgendwann april bis ende september sind sandalen das höhe das beste weil man soll nicht irgendwie wandern gehen im hochsommer im korsika oder somit bergschuhe oder so weil die füße die schwätzen werden nass und weich und hat blase bist du geht nicht mehr und hier mit sandalen so wie die römer bekommt niemand mehr hornhaut das bleibt trocken und das wird härter härter und härter und härter und wenn es so heiß ist und es ist 30 40 grad oder 50 in der sonne da müssen auch seine füße die müssen lüften und schön kühl sein können weil das macht den kopf total müde wenn du total heiße füße hast und das schwitzt das macht so müde und es gibt solche super sandalen heutzutage also ich rate so schnell wie möglich immer sandalen zu tragen ich war auch in wandern so in den bergen in korsika und da waren auch deutsche und somit super bergschuhe gerade habe gelacht weil ich meine sandalen weil sie sagen es gibt ja kein stütz rundum aber eben dadurch weil es kein stütz gibt wird es immer stärker und es ist flacher die solle ist flacher also es kann viel weniger leicht kann man so machen verzwicken und es ist platt ne und nach zwei drei tagen waren sie alle weg muss alle ausruhen alle blase versorgen und dann habe ich gelacht na ja ich habe es nicht gezeigt natürlich sache ganz ist das nicht gut aber ähnlicher lacht doch mal also hier ist dann der autobahn soll in frankreich der geht es den süden 800 kilometer und ich würde es nicht empfehlen irgendwie auf einer einfahrt zu stehen weil in deutschland halten dann die die nazis in uniform die halten an kriminelle schweizer nazi banker lassen sie laufen kinder fecker auch aber dicht mit langen haaren mit dem rucksack nehmen sie total aus den anderen versuchen etwas anzuhängen und dein geld wegzunehmen alles ist verboten die suchen genauso lange bis sie etwas finden vor allem in der schweiz die lügen dann noch sachen zusammen einfach auf befehle auch um dich da etwas anzuhängen in frankreich würde ich die polizei das nie machen das ist mir noch nie habe ich das gesehen oder erlebt und steht man auf eine einfahrt in frankreich ja niemand guckt dich an und die polizei die fahren vorbei und die gucken nicht mal man muss natürlich immer vor dem schild autobahn stehen weil da ist es noch keine autobahn offiziell nach dem schild diese autobahn das macht legal ja bist du dann eben nicht schadbar und ja die fahren vorbei die polizei in frankreich steht man auf eine einfahrt und die gucken nicht mal genauso wie alle anderen nicht gucken niemand guckt die lassen sich alle stehen also in frankreich in deutschland kommen auch relativ schnell weg aber du wärst kontrolliert von polizei auf eine einfahrt aber in frankreich dann kann es lang gehen also hier musst du unbedingt eine tankstelle finden wenn du auf der autobahn kommst hier so auf landesstraße kannst du laufen daumen ausstecken immer gut gucken dass niemand den daumen abfährt also da ist die tankstelle und da läuft man dann läuft man da dahin man muss ein buch haben mit alle tankstellen darauf sonst ist es eine katastrophe ich zeige es gerade die gibt es überall in frankreich jede tankstelle da wo alle tankstellen drauf sind und es ist schon interessant so autobahn trifft man sehr viele geschäftsleute es nicht so interessant vom land finde ich interessant man trifft eher das volk und ärmere leute weil hier muss man sowieso alles bezahlen aber am wochenende trifft man auch noch so freitag abend und sonntag abend kann man sehr lange sehr weit reisen weil alle gehen irgendwo hin oder kommen von irgendwo wochenende oder jetzt ist ein feiertag 8 mai und das gibt dann wieder ein anderes verkehr das wochenverkehr ist natürlich viel mehr so viel mehr los und das ist hier so landesstraßen dann laufe hier manchmal stehe ich wenn ich mit bin dann laufe ich wieder steckt meinen daumen so so aus wenn ich laufe aber immer gut gucken ob niemand das abfährt es gibt ja idioten auch die das absichtlich machen oh ja es gibt es und in eine kurve sowie da wenn es ja hier geht es ja aber in den bergen oder so dann immer links laufen oder in der kurve eigentlich die außen kurve nehmen dann sieht das verkehr von beiden von der anderen seite der ja die sehen dich besser als der mehr zeit auszuweichen naja sind so die karten die man braucht hier da sind alle tankstellen da drauf erde service und tankstelle und man muss natürlich wissen wohin der person geht dass man noch grad auf der letzten tankstelle da raus steigen weiterzukommen sonst musste wieder kann man 20 kilometer laufen und wieder drauf zu kommen das ist ein plastifizierte karte von frankreich sehr praktisch geht nicht kaputt und hier stehen jetzt sehen so da das sieht man die tankstelle das ist eine ältere karte und nicht alles ist darauf also darum habe ich da diese neue da sieht man auch da die blauen punkte das sind tankstelle lamar lamar la roche total und da kann man gut über gucken und fragen wo wohin fahren sie und so weiter im rücksack übrigens habe ich keine extra klamotten nur eine kurze hose badehose eventuell ein unterhose jetzt habe ich keine socken überhaupt nicht so wenn es zwischendrin ist so in april kann man noch socken mitnehmen wenn es ein bisschen frisch ist in sandalen ein längere jacke eine nur nur eine jacke und nehmt keine extra klamotten mit es wird schwer du wirst es nur alles mittragen müssen und schließendlich trägst du nur alles dreckige sachen mit wenn du alleine reist wird immer leute treffen die die klamotten für dich weichen oder man kauft so ein stück seife so in so eine tube gibt es dann kann man es überall in eine plastiktüte oder so kann man es schnell war oder so ja da gibt es noch so etwas so wie ein regenschutz über den rucksack was man unbedingt braucht diese habe ich selber genäht aber man kann sie natürlich kaufen im geschäft und der sack ist so groß das muss sich ja selber nähern ohne ein regenschutz geht es nicht da wird alles sehr sehr nass und auch für den kleinen habe ich auch einen regenschutz absolut notwendig ja und ein zelt musste unbedingt haben was sonst wird gefährlich dann bist du gezwungen irgendwo zu schlafen wo es ein dach gibt oder so und das sind meistens nicht sichere stelle das sind stelle wo menschen kommen und mit dem zelt kannst du im wald schlafen schlaf niemals auf einer autobahntankstelle gehe erst raus laufen paar hundert meter und stelle es in der natur in eine stadt musst du niemals schlafen auch mit dem park bekommen schwule in der nacht und alles mögliche niemals dann lau nehmen bus straßenbahn und lauf lieber zwei stunden außerhalb und da wird es schon schnell etwas grüner und da kannst du da schlafen schlafen niemals in der stadt niemals irgendwie ja darum muss man ein zelt haben dass man unabhängig ist und überall hingehen über schlafen kannst du willst immer dein haus bei dir haben und nicht abhängig sein von etwas anders oder menschen ja gut ganz losgehen mit dem tram viel erfolg und pass auf dich auf